Ja, und damit sage ich Ahoi und Willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin der Blackbeard und wir haben uns in der letzten Folge hier durch diesen Turm gearbeitet, haben das Geheimnis von Annabelle aufgeklärt und sie hat uns gebeten, dass wir mir gesagt haben, dass sie der Grund für den Fluch ist, der auf diesem Turm lastet wahrscheinlich, dass sie das Zentrum des Fluches ist. Und dass wir jetzt, haben ihr halt quasi versprochen, dass wir jetzt ihre Sachen, ihre sterblichen Überreste, ins nächste Dorfbring zu Graham, zu ihrem Geliebten, der ihr wohl die ewige Treue versprochen hat und so weiter und so fort. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Allerdings bin ich mir nicht ganz so sicher, ob wir so einfach hier rauskommen werden, weil angeblich soll ja noch irgendwie ein Monster leben in diesem Turm. Aber ich frage mich, warum das bisher noch nicht aufgetaucht ist. Wenn es doch hier lebt. Oder so eine Truhe. Und Makronen drinnen, also schau mal einer, guck, sollte man ja auch mal hier ein bisschen mit wachem Auge lang gehen. Wieso habe ich denn übersehen die Truhe? War ich da nicht drin in der Kammer? Hm, egal. So, da draußen waren wir ja. Hier ist die Tür. Diese Tür ist verschlossen, oder? Ja. Also verlassen wir das Gebäude durch diese Tür. Da hinten sind wieder ein paar von diesen, äh, Moderhäuten unterwegs. Aber wir wollen ja jetzt nach hier vorne. Moment, wo wollten wir hin? Genau hier vorne zu diesem Boot wollten wir, ja. Moment, fangen wir nicht mit dem Boot. Fangen wir einfach hier rüber. Und dann passt das auch. Dann sind wir auch durch. Da ist der Fliegenschwarm, der einen da, ähm, ans Leder möchte. So, dann fahren wir mal. Dann bringen wir mal Annabelle zu Graham. Macht's gut, ihr Trottel. Ich bin weg von hier. Ihr Moderhäute, ihr. So. Oha, oh, oh. Sturm. Ein wenig rauer Seegang hier auf diesem Tümpel, auf diesem Teich, auf diesem See. Möchte ich mal meinen. Oha. Nicht auf Land auffahren, das wäre ja undienstig. Graham, lass mich rein. Ich hab gesagt, ich will niemanden sehen. Aber du musst... Lass mich in Ruhe. Jo. Warum läufst du mir nach? Ich hab mich nur gefragt, was du von ihm willst, von Graham. Ich? Nichts. Seine Mutter macht sich Sorgen um ihn. Hat sich in seiner Hütte verkrochen, seit er von der Insel zurück ist. Redet mit keinem. Liebeskummer. Hat ihm wohl den Verstand geraubt. Okay. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch... Klopfen wir mal. Ich will reden. Bist du Taubmann? Ich hab dir... Wer bist du? Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Ich will mit dir über Annabelle reden. Annabelle? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich hab sie gesehen. Mit ihr gesprochen. Annabelle ist tot. Hat Gift getrunken. Und ich... Ich konnte sie nicht retten. Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hat hier ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlömmel. Die Reuseninsel. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn es sein muss. Millie, Finch und Volkner. Wir sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich... Ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen könnten. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle... Sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Du sagtest, du hättest geschrien, als du aus dem Turm kamst. Was genau hast du gesagt? Ich... Weiß nicht mehr. Sie sollten bezahlen. Für das, was sie ihr angetan haben. Du könntest sie verflucht haben. Eine mächtige magische Aura umgibt die Insel. Leidenschaft, böse Absichten und starke Gefühle können sie erwecken. Deine Worte könnten den Fluch ausgelöst haben. Wegen ihnen hat sie das Gift genommen. Es war kein Gift, lieber Freund. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen. Sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber... Das heißt... Ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst... Sie war die ganze Zeit am Leben. Aber... Unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich habe sie geschüttelt, sie angefläht. Öffne die Augen. Ich hätte nie gedacht... Dich trifft keine Schuld. Du warst unwissend und hattest nicht ahnen können, dass es kein Gift war. Ihr Götter, was habe ich getan? Wäre ich nur geblieben, um sie zu begraben, dann hätte ich gemerkt, dass sie noch lebt. Es hätte ein anderes, ein gutes Ende nehmen können. Wärst du auf der Insel geblieben, hättest du nicht lange überlebt. Mir wäre der Tod lieber gewesen, als sie den Ratten zu überlassen. Aber jetzt kann ich nichts mehr tun. Oh doch, kannst du... Da liegst du falsch. Annabelle braucht dich. Ihre Seele wird nur Frieden finden, wenn du ihr hilfst. Aber... Was kann ich denn tun? Es ist zu spät. Begrabe ihre Gebeine. Annabelle sollte von ihrer großen Liebe zur Ruhe gebettet werden. Nur so kann der Fluch gebrochen werden. Das sind... Ihre Gebeine? Ja. Gib sie mir. Und lass mich allein. Jawohl, Stufenaufstieg. Ein Turm von der Ratten. Sag, Kira, dass du den Fluch der Reuseninsel gebrochen hast. Mach's gut, Kram. Ähm... Ich hoffe, du kommst drüber hinweg. Ich gehe mal ganz kurz in das Charakterfenster. Denn da können wir noch einen Punkt verteilen. Und zwar würde ich sagen, gehen wir... Auf. Auf, auf, auf. Irden. Flupp. Hier muss ich auf jeden Fall noch irgendwie ein rotes Muttergen reinbacken. Dann wird das hier mit denen hier, ähm... Harmoniert. Mal schauen, wo ich hier ein rotes Muttergen herkriege. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal zunächst zurück zu Kira kehren. Ähm... Ähm... Sieht nach Regen aus. Was ist auf ein grünes Licht? Gut. Einer der von kein gewinnlicher Geister. Sie ist eine Pesta. Und jetzt ist sie frei. Oh, shit. Jetzt haben wir echt Kram jetzt quasi getötet. Ein Mädchen und geflochtene Blumen sieht aus wie ein kleiner Schrein. Wir haben Kram getötet. Wenn wir vielleicht da bleiben sollen. Naja. Ähm... Letzte, komm her. Wir müssen zu Annabelle. Äh... Gott, zu Kira. Was jetzt, du Stück Dreck? Wölfe? Oh, gut. Wölfe... Wölfe ist gut. Wölfe ist sehr gut. Ganz kurz hier ein Stück zurück. So. Zack. Hey. Stier. Stier. Aua. Hier vorne sind noch mehr. Ja. Der Wach, der muss auch noch dran glauben. Und dieser Wolf auch noch. Und dieser Wolf genauso. Komm, stirb. Zack. Sind noch mehr Wölfe? Oder was sind die für Viecher hier? Schwellkrauten hier aber noch mit? Ja. Wölfe, sehr schön. Da kriegen wir noch ein bisschen Fleisch. Will ich nicht? Autsch. Autsch. Ich bin erstmal hier auf den Wagen. Ich will das aufnehmen, die Springen, Mensch. Steht aufnehmen, tut sie eh. Passiert nichts. Hm. So. Wir hatten doch noch hier oben. Hatten wir doch auch noch ein bisschen was. Ähm. Da. Genau da hinten war das. Ja. Wie gesagt, da drückst du eh. Passiert nichts. Willst du eh Leertasse drücken zum Aufnehmen, zum Allesaufnehmen? Sprung da einfach nur durch die Gegend. Manchmal verstehe ich das nicht. Ja, und es liegt was, vielleicht noch was? Wo? Hier. Ah, noch eine Wolfsgeber. Sehr schön. Hier in dem Turm, hier in diesen Ruinen haben wir noch eine Quest. Ist mal ein einziges mickriges Ferkel beschafft. Kein Wunder, dass er uns verflucht hat. Oh, wir sind verdammt. Du hast den sauren Bein? Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen. Mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roslav von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roslav hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Mhm, das sieht man. Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlägel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Okay. Ein gieriger Gott. Mal schauen, was haben wir denn hier sonst noch? Können wir irgendwas noch mitnehmen? Noch irgendwas zu plündern? Die Truhe da vorne hatten wir ja schon. Da ist der Altar. Dann noch ein bisschen Wolfsbein, das kann man noch mitnehmen. Mal schauen. Nee, das ist gar kein... Nee, das ist nicht der Altar. Der Altar steht hier vorne anscheinend. Ich meine, wir sehen ja schon, dass da unten irgendwas ist. Da kommt jeder drüber. Hier. Da unten ist ja schon irgendwas. Da. Oh, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Bitte, bitte. Du wagst es, meine heilige Ruhe zu stören, Sterblicher? Ich wage es, sie zu stören, damit du in deiner Heiligkeit den... äh... Fluch von den Bauern nimmst. Sie haben wirklich keine... Sie müssen mir angemessen Opfergaben bringen, sonst gibt es eine Dürre, Hagelschlag, Erdbeben, Steinschläge. Ich habe gesprochen. Steinschläge? Hier? Wie soll das denn gehen? Keine Antwort vom Allgott. Gut, wir können unser Gespräch fortsetzen, wenn ich ihn finde. Die Stimme kam von unten. Finde den Allgott mithilfe deiner Hexersinne. Hier. Was haben wir hier? Ein Spalt. Zu klein, um durchzukommen. Aber groß genug, um Geräusche durchzulassen. Das heißt, jetzt muss ich auf jeden Fall irgendwo einen Eingang geben. Dann gehen wir mal den Geruch nach. Nur gut, dass wir diesen Stein haben. Ach nee, schau mal einer, guck. Was bist du denn für einer? Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Geralt von Riva ist mir ein Vergnügen. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist. Aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet. Kosten, Kosten. Und was ist mit der Hilfe, die ich ihnen gewährt habe? Segen, Absolution und erleuchteten Rat? Diese Leute brauchen das, glaub mir. Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen. Aber diese jämmerlichen Brotsamen in letzter Zeit... Die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Das kannst du ihnen sagen. Sitzt du schon lange in diesem Loch? Seit einem Jahrhundert vielleicht. Eines Winters habe ich hier Zuflucht gesucht. Und ein Feuer angezündet so groß, dass die Flammen durch den Riss geschlagen sind und die Büsche oben in Brand gesetzt haben. Ich musste husten. Und plötzlich hörte ich einen Bauern. Eine Stimme aus dem Nichts. Ein Wunder. So wurde ich ein Gott. Eher ein Parasit. Vielleicht auch das. Aber was sind dann Freya und Melitele? Wollen Gebete und Opfergaben. Geben aber nichts zurück. Ich rede immerhin. Jetzt hör mal zu, Speckarsch. Du gibst dich mit dem zufrieden, was du kriegst. Sonst werfe ich dich den Raben vor. Verflixte Reformer. Na schön. Ich speise bescheid. Aber nur bis Kriegsende. Keinen Tag länger. Also geht doch. Es geht doch. Er ist doch ganz vernünftig, der junge Mann. Ne? Habe ich mir doch was gedacht. Geh doch auf und sieh nach, ob du noch da bist. Hätte ich irgendwas, was ich mitnehmen kann? Irgendwas aus der Tasche ziehen? Ja, ein wenig kann man ihm ja hier mal entwenden. Ich meine, er hat ja mehr als genug. Ich meine, er ist gut genährt. Er kann ein paar Tage ohne was auskommen. Und von daher kann man sich mal hier unten bedienen. Ich meine, er hat ja mehr als genug. So. Sehr schön. So, hier in der Trüge war ja nur noch dieses komische Buch drin. Das kann ich aber da drin lassen. Das stört mich jetzt nicht weiter. Aber ich glaube, das bringt mich ja eh nicht weiter. Oder was haben wir denn da? Ach, hier sind noch Kronen drin. Ja. Das ist einfach nur ein Buch. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Und wir lesen wollen, bitteschön. Aber nicht hier. Gibt's was Neues? Ich habe mit eurem Allgott gesprochen. Persönlich. Und wird er sich unser erbarmen? Wird er. Er hat versprochen, mit allem zufrieden zu sein, was ihr bringt. Ich hab's doch gesagt. Der Allgott ist gnädig und verständlich. Danke, Hexer. Oh, eins noch. Wusstet ihr, dass unter diesem Hügel eine Groft liegt? Ihr könnt sie ja mal ansehen. Faszinierende Architektur. Hm, schicke ich die jetzt auch in den Tod? Hm. Ich glaube nicht. Egal. Die Jungs lassen die es einfach mal hier zurück, so wie sie sind. Und, ähm, gehen nochmal ganz kurz zurück hier in die, in die, in die, in die Karte. Und markieren uns, äh, nochmal hier, ähm, brrt. Da. Diesen hier. Wo, wo war sie noch gleich? Sie war doch genau hier oben. Einfach dem Pfad folgen und dann, da, ja, alles klar. So. Halt! Was ist hier? Halt! Folgen wir diesem Weg einfach weiter. Auch genau, hier ist ja diese, diese Untiefe ist auch hier einfach mal dieser Übergang. So. Die Ignorier ist einfach mal die, äh, hier die Ertrunkenen. Und dann reiten wir mal zu Kira. Hallo Kira, alte Freundin. Hallo. Gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Ähm, haben wir da noch irgendwas, was wir, was wir anhören könnten? Nein, Zauberin haben wir schon gesprochen. Maia von Insel hat mir auch schon erzählt. Alles klar. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich hab dir einen Xenogloss gegeben. Aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabelle, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen. Also ist es gut ausgegangen. Hm. Der Fluch ist aufgehoben. Die Insel ist wieder frei. Annabelles Seele auch. Aber sie war leider eine Pester. Graham ist tot. Und du hast es nicht bemerkt? Du wirst alt. Wie auch immer, die Reuseninsel ist vom Fluch befreit. Das zählt. Ich bin fast geneigt, gute Arbeit zu sagen. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabelle sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Catriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen. Aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben? Da wäre noch ein kleiner gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Na klar, sieh mir nach. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Will ich auch hocken, Kira. Ey, 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 ey. Schubst mich doch nicht so, Mensch, Mädchen. Schubst sie mich hier durch die Gegend? So. Tritt hier ihre Trinkflasche durch die Gegend? Alter. Diese Frau. Der Weideler bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexadienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weideler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Ahnenfest, worum geht es aber überhaupt? Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod so früh, ohne dass sie die Witterkeit des Lebens erfahren haben. Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest nah. Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos. Das weiß der Weideler. Keine Sorge. Der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe verhielt. Okay. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Doch treffen wir uns im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Okay. Weideler, ich werde da sein, irgendwann. Aber nicht mehr heute, nicht mehr in dieser Folge. Denn für heute reicht es. Wir haben die Quest erledigt auf der Reuseninsel. Wir haben Kira versprochen, ihr zu helfen. Weil was auch immer sie als nächstes vorhat. Um mal diesen Händler da aufzuspüren. Und, ähm... Jetzt hat unser Weideler auch noch um Hilfe gebeten. Ich glaube, wir kommen hier einfach nicht vorhin mit der Story. Aber, naja. So ist das Spiel halt nun mal. Es prasselt eine Menge auf einen Ei. Eine Menge Zeug zu erledigen. Und, nuja. Wie es weitergeht. Wir freuen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Minus Spaß. Wir freuen uns, wenn ihr morgen einschaltet. Neue Folge. Witcher 3. Ich bin der Blackbeard. Und ich sage, gehabt euch wohl. Und bis dahin. Wenn es weitergeht. mit Geralt von Riva. Und, ja. Mit der weiteren Geschichte. Mal schauen, ob wir noch Ciri finden. Und wie das Spiel überhaupt allgemein weitergeht. Ich habe gar keine Ahnung, was uns eigentlich noch so alles erwartet. Aber, das ist auch Sinn der Sache. Ich möchte mich gerne überraschen lassen. Und, naja. Wie gesagt. Morgen geht es weiter. Und bis dann. Ach ja. Und übrigens. Immer sorry, dass vorgestern die Folge ausgefallen ist. Aber ich hatte einfach keine Zeit mal wieder. Nun gut. Ähm. Ja. Also. Das war's für heute. Ich bin raus. Und sage auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.